Gesundheitsbewusstsein, ja, weil ich finde, es ist das Wort mit dem größten Nachholbedarf. Das ist einfach ganz, ganz vielen Menschen überhaupt noch nicht bewusst. Dass das die Grundlage ist für ihr ganzes Leben. Und die Menschen sollten sich bewusst sein, so wie ich das auch in mein Leben dann integriert habe, nach einer sehr, sehr schlimmen Krankheitsphase, vor vielen Jahren, da will ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber ich habe geschafft zu erfahren, dass ich in einem Gefährt stecke. Ich bin in dieses Leben gekommen mit diesem Gefährt, das mein Körper ist. Und dieses Gefährt soll mich mein ganzes Leben begleiten. Und nun liegt es an mir, wie ich mit diesem Gefährt umgehe, mit diesem Körper, ob ich ein schönes, gesundes Leben haben werde oder ob ich in Traurigkeit und Krankheit irgendwie dahin vegetiere. Und da ist mir klar geworden, dass ich die Lebensbedürfnisse, die Bedürfnisse, die mein Körper hervorbringt, dass ich die erfüllen muss, um ein schönes, gesundes Leben zu haben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020